Ich hab keine Batterie schon von mir. Wir haben Batterie schon. Freunde, hier wird anscheinend öfter geklaut. Das ist einfach eine Frechheit. Niemals am Leben. Wenn ich einen Cent frei bin, bin ich frei, privat für so eine Scheiße zu zahlen. Ich mach Klassefahrt, Blog. Oh, geil. Willst du? Alles klar. Was gedacht, meine lieben Freunde? Bruder, jetzt ist auf einmal Linse komplett fettig gegen die Nase. Was? Warte Hand weg. Warte Hand weg. Warte Hand weg. Ach so, der wird wegkriegen, Digga. Ach so. Boah, der ist auch schon viel, Alter. Alter, was für dumme Leute. Spaß. Bruder, wenn du so einen Pfaff auf den Kopf kriegst. Ey, Leons Essen. Leons Essen riecht so krank nach irgendwas als unglaublich. Super krank. Nur auf 100 Prozent. Alter, das war's. So war's. So haben die Mama von Belden. Danke schön. Einen Klassefahrt, Blog? Ja, richtig. Einen Klasse. Ich mach auch einen. Ich mach Craig-Blog. Ich mach auch einen ganzen Blog-Los dumm zusammen. Okay, Freunde. Wir sind jetzt mitten auf der Fahrt. Alles klar. Wir sind jetzt mitten auf der Fahrt. Wir sind bald in Hamburg sind wir. Hier ist das Licht auf jeden Fall besser. Ja. Ich hab absolut keinen Bock. Wie sieht es bei dir aus? Hast du Bock? Alles klar, perfekt. Ganz ehrlich? Nee, ich auch nicht. Wir zeigen euch dann auch noch das Hotelzimmer und sowas, dies, das. Also bleibt dran. Es wird auf jeden Fall spannend. Alles klar. Ich sollte die Kamera so halten. Was geht ab, Freunde? Hier mit meinen Klassenkameraden am Start. Das ist... Wer bist du? Ich bin John. Und du? Und du? Wollt ihr auf ein Video? Also das ist unser... Unser Rand. Ich mach mal kurz ein... Ich mach jetzt mal ein... Ich mach jetzt mal ein... Wie heißt das Zimmerrundgang? Roomtour. Roomtour. Okay, das ist unser Bad. Riecht krass, ja. Eine Dusche. Das ist kein Bad. Das ist ein Scheiße aus. Hier ist das Bett. Hier sind die Kinderbetten von Ikea. Hier oben verricht. Da schläft Leon. Hier ist noch ein kranker Schrank. Und unser riesen Kleiderständer. Ich hab keinen Batterischemann. Wir haben Bett. Freunde, hier wird anscheinend öfter geklaut. Ich frag mich sonst nicht, warum sonst hier solche... Bubble. Schließfächer für irgendwelche Koffer sind, Alter. Ich höre, wo sind wir hier gelandet, Leute. A und O Hostels. Grüße gehen raus in euch. Ihr seid scheiße. Also einfach eine Frechheit. Niemals am Leben. Wenn ich einen Cent frei will, ich frei privat für so eine Scheiße. Nie wieder. Ey, und unter uns oder so wird gebohrt. Da wird irgendwas Neues gebaut, ey. Das hört mal ein Buber krank. Ja, klar. Ich prank jetzt leer. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das denn? Natürlich Regen. Das ist wunderschön. Ne? Leute, Stadtrundfahrt. Gar keinen Bock. Obwohl, geht's sogar eigentlich. Alles klar. Gar keinen Bock. Es geht ab. Wir sind jetzt in Hamburg City. Schon die ganze Zeit. Machen so eine gammelige Stadtrundführung. Alles klar. Der Tag wendet sich zum Ende. Wir gehen jetzt nur noch was einkaufen und dann... Es ist kalt. Es ist fucking kalt, man. I forgot my jacket. Ja, Leon hat absolut keine Jacke mitgenommen. Absolut. Ich bin auf eine andere Stelle. Zu warm bin kalt. Es ist zu viel. Es ist zu warm. Es ist zu viel. Ja, jetzt... Ja, das... Der Vlog war eigentlich ganz kurz so, aber... Das ist so kalt. Ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Einblick bekommen. Die nächsten Tage werde ich auch noch vloggen. Ähm... Ja. Komm mal hoch. Folgt mir. Abonniert mich. Instagram wird hier eingeblendet. Von vielen, die ihr im Video gesehen habt. Das kann ich doch sagen. Liked das Video. Ihr wisst es, Leute. Ciao. Ciao.